Ja, Hallöche Freunde der Guten oder Besten Unterhaltung. Nach dem ist ja ein kleines Dev-Interview zwischen dem guten Maxim-CEO von HR Inoways, den Entwicklern rund um Subrease in Hamburg und der guten Becker, der Marketing-Managerin von Aerosoft gab, rund um den großen, beziehungsweise den Mega-Update hier bei Subrease in Hamburg. Haben wir jetzt gestern nochmal ein paar neue Informationen zu dem großen Mega-Update erhalten. Zu dem es glaube ich noch keinen richtigen Release gibt, aber er soll ziemlich nah sein, denn wir kriegen auch eine neue Zugzielanzeige. Die wurde auch komplett überarbeitet, komplett erneuert und die werden wir uns hier mal kurz ein bisschen angucken. Wir werden uns mal anhören, beziehungsweise durchlesen, was hier HR Inoways und Aerosoft zum Besten gibt, was wir hier zu erwarten haben. Heute können wir euch endlich ein weiteres langersehntes Feature vorstellen. Oft wurde danach gefragt und jetzt ist es ein Teil des Subrease-SIM. Was gemeint ist, die Zugzielanzeige des DT5. Ähnlich wie bei der Info-Anzeige am Bahnsteig haben wir nun auch diese Zugzielanzeige von Grund auf neu entwickelt. Das bedeutet, dass wir jetzt originalgetreue Schriftarten einsetzen, damit die DT5-Matrix auch wirklich genauso aussieht, wie ihr sie in der Realität kennt. Und wir sehen auch schon hier, das sieht sehr, sehr detailliert aus. Das war im Endeffekt auch schon bei den ganzen Promo-Videos und auch beim Release gar nicht mal so verkehrt gewesen. Und darauf wurde auch ein riesen Augenmerk gelegt. Aber ich glaube, das haben die hier wirklich, wie man sehen kann, auch gerade hier an diesem Bild, bitte nicht einsteigen, haben die es wirklich alles nochmal so ein bisschen nach oben geschraubt. Und es sieht wesentlich schöner aus. Was aber jetzt das Allerbeste daran ist, wir kriegen auch sechs neue Schriftarten. Genau so wie bei den Info-Anzeigen am Bahnsteig wird das Zugziel auch bei der Matrix des DT5 möglichst höhend angezeigt. Sehen wir hier, da ist jetzt nichts mehr in die Mitte gedrängt oder so, ist komplett von links nach rechts zur Mitte überall total voll belegt. Bei den Info-Anzeigen verändert sich aus diesem Grunde der Abstand zwischen den Zeichen, um die Breite der Anzeige möglichst voll auszunutzen. Nicht zum Beispiel DT5, denn hier gibt es insgesamt fünf verschiedene Schriftarten mit unterschiedlichen Breiten, Höhen und Schriftdicken. Und auch die Liniennummer hat hier ganz eigene Schriftart, womit wir insgesamt sechs Schriften auf insgesamt ca. 380 Zeichen sind, die wir eigens nachgezeichnet haben. Schaut mal drauf, beim Bamberg am Bild ganz oben kommt nämlich die breiteste Version zur Verwendung. Im Gegensatz dazu ist die Schrift bei Bitte nicht einsteigen, siehe zweites Bild, schon viel enger geschnitten. Das gucken wir uns mal an. Und ja, das stimmt schon, hier bei Bitte nicht einsteigen, es ist alles so ein bisschen zusammen einander gedrückt. Gerade bei Bitte sieht man es ganz gut. Und am engsten ist es dann beim Ziel Wandsberg Gartenstadt, welches wir euch ein anderes Mal zeigen werden. Übrigens, über das Drive Machine Interface DMI, das seht ihr 5 am rechten Bildschirm, könnt ihr auch jedes beliebe Station als Ziel schildern. Es steht euch jede Station in Hamburg zur Auswahl, ganz egal ob von der U3 oder von anderen U-Bahnlinien. Zusätzlich gibt es noch eine Liste von etwa zehn Sonderzeichen wie Probefahrt, Fahrschule, Jazztrain oder www.hochbahn.de. Oh, und eins noch, die Zugzieheranzeige hat es tatsächlich einen Effekt auf die Fahrgäste. Während wir beim Jazztrain mit Fahrgästwechsel weiterfahren können, werden die Fahrgäste bei einem Fahrschulzug nicht einsteigen. Oh, das ist natürlich ganz cool. Okay, das werden wir uns später alles mal angucken, wenn das große Mega-Update kommen wird. Irgendwann soll es aber auch mal soweit sein. Also, wir haben auch jetzt die Möglichkeit, dass wir jetzt auch frei diese Schriftanzeige verändern können, wie es uns gerne beliebt, ohne irgendwelche Codes vielleicht einzugeben. Sondern wir können es einfach da so eintippen, wird man natürlich später alles beim Mega-Update herausfinden und auch später sehen können. Auch ganz interessant, in Kürze werden wir das Mega-Update veröffentlichen, in welchem wir ca. 70% des Gameplay-relevanten Source-Codes neu entwickelt haben. Das ist krass, 70%. Also, ich bin jetzt auch nur ein Laie, ich sage jetzt nicht, dass 70% des Spiels komplett neu überarbeitet worden ist. Aber im Endeffekt wurde hier sehr, sehr, sehr viel getan. Dazu haben wir alle Kernsysteme des Spiels von Grund auf erneuert, um euch besten möglichen Spielspaß bieten zu können. Wir kommen weiterhin sehr gut mit der Entwicklung voran und hoffen, das Update sehr bald in eine öffentliche Beta-Phase schicken zu können. Aber bleibt gespannt, wir halten euch auf den Laufenden. Das wären wir auf alle Fälle. Ich werde, und ich habe es mir schon etwas länger vorgenommen, mal die Tage mal wieder den Subway Sim Hamburg anschmeißen. Allein wegen zwei Sachen, um einfach mal ein bisschen Bildmaterial zu haben für später, um halt, sagen wir mal, einen kleinen Vergleich zu setzen zwischen vor dem Mega-Update und jetzt gerade zur Zeit des Mega-Updates. Was hat sich getan? Was hat sich an der Performance getan? Das wird auch ein ausstattgebender Punkt sein. Das ist bis heute immer noch so ein kleines Kriterium. Es hat sich gebessert seit dem Release. Es hat sich immens verbessert. Aber nichtsdestotrotz muss sich da auch ein bisschen hoffentlich dann was getan haben. Und zum anderen wollen wir das Ganze mal mit der VR probieren. Also da werdet ihr wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch mal dazu wieder ein Video sehen. Aber ich finde es ganz schön, dass man wie gesagt so offen mit der Entwicklung bzw. auch mit dem Mega-Update offen geht. Weil so erhält man wirklich die Überraschung, man schützt sie auf alle Fälle noch wesentlich mehr. Und die Leute fühlen sich einfach nicht allzu sehr vernachlässigt. Und ich denke mal, dass es da den manchen auch da so ein bisschen dankt. Und ich denke mal, dass es halt auch wirklich den Zugfans dankend entgegenkommt. Und wie gesagt, ich habe in der Videobeschreibung nochmal diesen Dev-Interview zwischen Max und der Becker verlinkt. Das ist wahrscheinlich auch nochmal sehr interessant für euch. Da geht es halt generell um den Mega-Update, über was alles so ein bisschen gesprochen wurde. Ist auf Deutsch, aber auch mit Englisch nur unter Titel, wer es gerne mag. Freunde, wir sehen und hören uns. Lasst mich gerne mal wissen, was ihr von dem Mega-Update haltet. Kann Aerosoft bzw. HR Inoways das ganze Ruder nochmal rumreißen und das Spiel zu einem fabelhaften Spiel machen. Was es ja irgendwie eigentlich ist. Ich habe aber auch immer nur gesagt, es ist halt für diesen Preis kein kaufbares Spiel. Und ich bin aber froh, dass man da auf alle Fälle sich nochmal herangesetzt hat. Und das komplett nochmal neu entwickeln möchte. In diesem Sinne, macht's gut. Auf Wiedersehen. Und tschüssi Koski. Auf Wiedersehen.